Hallo und willkommen bei vielblauem nichts Nummer 312. Jawohl, eine Folge, eine, ich würde mal auf mittellange Folge tippen. Schauen wir mal, gehen wir es an. Also, damit ich es nicht vergesse, hier wieder diesmal gleich zu Beginn dieser Woche, also die kommenden sieben Tage sind zwei Videos aktuell und es werden wohl auch zwei bleiben, nämlich Konsum. Es wird konsumiert. Ich muss noch gucken, was ich aus der Schlange in die, oder aus der Halde in die Schlange packe, so rum. Aber es wird auf jeden Fall konsumiert. Jo, gut, gehen wir es an. Was ging auf YouTube? Ich gucke mal gerade kurz durch. Alte Kommentare von zufällig reingespülten Menschen, so ungefähr. Zu einem älteren Gesöff, deutlich älter zum Typhoon Energy Tropic, meint eine Livia. Sie hat das gerade in der Hand und sah dieses Video und hat ein Wein-Smiley. Ich habe Vage im Kopf. Wahrscheinlich habe ich gesagt, das schmeckt ziemlich langweilig. Aber das sind genau so Sachen, die ich natürlich cool finde, wenn irgendein altes Video dadurch gefunden wird und jeder mal guckt und keine negativen Kommentare unterschreibt. Ja, ist doch schön. Ja, es ist wie dieser ominöse Doppelburger, der jedes Mal bei den amerikanischen Tagen vom Lidl immer wieder ein paar Klicks zulegt. Ich bin momentan ein bisschen enttäuscht. Ich habe mal wieder zwei Videos im Wochendrückblick verlinkt. Die gehen irgendwie so relativ gar nicht bisher. Also das letzte, das eine Let's Play vor ein paar Wochen. Ich bin auch ein bisschen spät dran damit, weil ich letzte Woche ausgesetzt habe. Nee, vorletzte. Letzte Woche habe ich es vergessen. Und diese Woche, eigentlich habe ich Urlaub gehabt. Jetzt muss ich es aber machen, weil sonst staut es sich noch weiter nach hinten. Ich habe ja noch eine weitere Let's Play-Folge, die dann auch nochmal verlinkt werden muss. Und das Dekalon verlinke ich auch noch. Und ja, also beim letzten Mal hat es Let's Play gut angelaufen, aber hat sich relativ lang gehalten. Es hat dann über mehrere Tage hinweg ganz schön viel gezogen noch. Hat mich echt gewundert. Muss ich mal kurz gucken. Was meine Statistik sagt. Also das jetzt läuft gerade ein bisschen sehr mager an. Man sieht aber schon, dass es ein paar Aufrufe. Mal gucken. Heute hat auch aus irgendeinem Grund der Wochendrückblick war nicht oben in der Leiste drin. Das habe ich erst nach ein paar Stunden gemerkt. Jetzt ist er drin. Und jetzt hoffe ich, dass dadurch die Leute noch ein bisschen mehr schauen. Also ja, es hat in einem Tag viermal Daumen 60 Aufrufe bekommen. Soweit sind wir heute lange noch nicht. Schade. Und dann hat es aber nochmal fast 60 gesammelt im Laufe der nächsten zwei Wochen. Also das ist erstaunlich. Ich hätte nichts dagegen, wenn es klappt. Aber gut, guck mal. Und das Dekalon ist ja schon ein paar Jahre alt. Wobei ich lustigerweise beim Linksuchen bin ich nicht über den Kanal gegangen, sondern habe bei Google, bei YouTube eingegeben. Wir haben dann draufgestolpert, dass der Frenkel für die Retro-Gamer das Ganze vor einem Jahr oder so auch mal gemacht hat als Challenge. Hat auch 11.000 Punkte, glaube ich, gemacht. Außer die C64-Version. Der Thumbnail war sehr ähnlich. Ich glaube, das ist Zufall. Weil warum sollte er meinen Ausgleichen nachmachen? Hat er ein paar mehr Punkte gemacht, muss ich zugeben. Aber er hat wahrscheinlich auch einen richtigen C64 gespielt. Mit einem echten Competition Pro. Das kann schon auch was ausmachen, ein Stück weit. Oder auch was vorher trainiert hat. Weil ich habe für unseren Artikel im Heft, ich habe nicht trainiert. Und deswegen habe ich auch gerade beim Stab-Hochsprung und beim Hochsprung ziemlich versagt. Und das sind wirklich Disziplinen, die ordentlich Punkte bringen, wenn man es einigermaßen... Und die sind jetzt auch nicht so schwer. Aber ja, war halt so. Egal. Ja, schauen wir mal. Dann haben wir zum Bla. Meint der Düsi erst Erster? Und dann meint der MT Elite erst Erster? Und der Düsi meint, das sind Fake News, ja? So kann man das sehen. Und der Heinrich Hinkel meinte dann später nicht Erster. Das ist korrekt. Und der Max hat vorhin gerade geschrieben, pünktlich zur Deadline. Ich bin heute mit dem Aufnehmen recht früh dran. Mal gucken, ob noch eine Mail reinkommt. Ich schätze nicht inzwischen. Egal. Er ist noch mit Fantasy Saison für den Game Gear fokussiert. Darum meldet er sich, was er in Berlin erlebt hat. Ein schönes Wochenende und ein Ciao. Und ein Ciao mit Au. Au. Aha. Die neue Ausgabe ist ja heute erschienen. Heute ist auch eine andere Ausgabe von einem anderen Heft erschienen. Die haben ein Spiel auf dem Cover. Das habe ich getestet. Und die haben keinen Test im Heft. Die haben es nicht mal angespielt. Das ist ein Preview basierend auf irgendwelchen Infos anscheinend. Und dann steht am Schluss, ja, Test haben wir nicht drin, weil das kam erst kurz vor knapp. Dann würde ich immer zu gern wissen, wann haben die Leute denn wirklich Deadline? Weil ich weiß, wann ich das bekommen habe und es war unendlich viel Zeit vor unserer Deadline. Wobei wir sind, wir haben eine recht knappe Deadline. Also relativ knapp, das weiß ich. Aber trotzdem. Und dann außerdem, ja, wegen Embargo hätten wir eh nicht. Und ich denke mal auch, okay, wenn euer Heft heute im Laden steht und wir auch und wir haben den Test drin, glaubt hier ernsthaft jemand, dass wir das Embargo brechen würden? Also es ist ein bisschen komisch, wenn ich es mal so sagen darf. Ich würde es zu gerne mal wissen, was da Sache ist, aber da habe ich keine Connections. Und das ist ja auch Mitbewerber und die würden es einem, glaube ich, auch nicht verraten. Also es ist schon bizarr irgendwo, finde ich. Aber so ist es halt. Egal. Gut, genug geplaudert. Gehen wir in die schönen Sachen des Lebens, nämlich mich, haha, haha, oder diesen Podcast. Und dann gehen wir es weiter. Gut, gut. Ich kriege hier, oh Gott. Oh, ach du Scheiße. Echt schon wieder ein Spiel, wo ich noch testen muss. Na gut. Okay, also dann zum Let's Play. Das war das Fishing Game diesmal. Ja, das war leider nicht so besonders toll, aber es könnt ihr ja selber sehen. Deswegen ist das Video auch relativ kurz. Also ich kann sagen, die nächsten Let's Plays werden länger. Viel länger. Und mit gemischten Ergebnissen, aber beide lang. Zwei haben wir noch. Äh, der Heinrich Henkel meint immer noch besser als echtes Angeln. Ja, wahrscheinlich. Echtes Angeln könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also es gibt nicht viele Spiele, wo Angeln echt Spaß macht. Es gibt es, wo es funktioniert. Bei Animal Crossing funktioniert es halt einfach. Ich habe das Seabass Fishing in Like a Dragon drin. Das ist aus der Hölle. Das spiele ich nicht mehr freiwillig. Und andere Sachen, mein Gott. Der Tokio meint er noch. Mal auf doof gefragt. Was passiert eigentlich mit den ganzen Spielen nach dem Let's Play? Mülleimer weiter verschenken an Menschen, die man nicht mag? Ab in die Besenkammer, wo sie nie wieder Tageslichter blicken. Der MT Elite meint, die werden zum Markus Söder nach Hause geschickt. Nein, dem würde ich nichts schicken, was irgendwie Wert hat. Weil, ja, das, nein, never. Ich meine, wenn ihm mal ein Bauer in Ladung Kuhmist vor die Haustür kippt, das fände ich cool. Aber das geht ja nicht, weil bei denen schleimt er sich ja ein. Ganz, ganz schlimm. Auch letzte Woche wieder der Krieg gegen das Fleisch. Ganz schlimm. Und kein Wort. Und was er beim rusigen Mittwoch, wie heißt es? Oh Gott, Aschermittwoch. Beim rusigen, wie nennt man es? Das gibt es ja. Was der da von sich gegeben hat, das ist unter all das Sau niveaulose Scheiße. Und das geht gar nicht. Aber dass dann irgendwelche asozialen Deppen die Grünen drangsalieren, wer hat es zumindest, wenigstens hat das nicht abgefeuert. Das wundert mich aber ehrlich gesagt, dass das nicht auch noch passiert ist. Weil, naja, egal. Okay, lassen wir es. Aber was passiert damit? Also stand jetzt, die allermeisten Sachen liegen tatsächlich noch irgendwo in der Rümpfelkammer rum, weil das kann man ja schlecht verschenken. Ich meine, ich habe Nachbarn mit jungen Kindern, aber denen will mir so einen Quatsch auch nicht aufdrücken. Es ist ja alles billig im Zeug. Ja, eigentlich ist es im Endeffekt Plastikmüll, wenn man mal ehrlich ist. Aber bisher haben wir es noch nicht weggeschmissen. Aber mittelfristig ist zu vermuten, dass das meiste so enden wird. Klar. Am Flohmarkt braucht damit auch nicht gehen. Wir sind die Besten, meint der Tetzoba. Der Name sagt mir nichts, aber danke für den Kommentar. Hört er hier wahrscheinlich eh nicht, denke ich mal. Das sind so diese, ich vermute mal eher ein Drive-By-Zuschauer, der vielleicht auch über den Herrn Pixel reingeschneit ist. Wenn nicht, wenn du es doch hörst, dann freut es mich jetzt recht. Wir sind die Besten, meint er. Also CE ist China-Export, oder? Dass es einen nicht gleich umbringt. Lachwein-Smiley. Auf so einem Ding ist es einfach nur Käse und darf nicht drauf. Das denke ich auch mal. Gefaktes CE-Zeichen. Das kann gut sein. Wäre krass, aber ich meine, das interessiert... Brauche ich das Angelspiel? Habe ich es bei Action gekauft oder beim Teddy? Eins von beiden wahrscheinlich. Ja. Wobei, das Ding ist doch bloß für mechanisch. Was braucht das überhaupt so ein Ding? Ist das bei den elektronischen Geräten? Ach, ist ja auch egal. Ja. Ja, gut. Ist so. Aber was soll's. Gut, dann habe ich konsumiert, nämlich getrunken. Ein Mitbringsel vom Dokio aus Korea. Nämlich die Pepsi Zero Sugar Mango Flavor. Die nach etwas schmeckt, aber eher nicht Mango. Und er meint scheinbar ist die Mango auf dem Weg von Korea nach Deutschland verloren gegangen. Kann gut sein. Und der M.T. Liede meint immer diese Spezialsorten. Wobei, die ist ja gar nicht mehr so spezial. Mango ist jetzt nicht so super exotisch. Fanta Mango gibt es ja auch zum Beispiel. Ich glaube, die gibt es regulär auch. Aber Entschuldigung, das hat hier einfach nicht so wirklich geschmeckt. Wieso? Ja. Gut, dass ich das jetzt sehe. Ich hätte es echt vergessen. Oh mein Gott. Hinten nach geärgert. Ja, einmal gucken. Fahr ich also nachher. Damit ist jetzt entschieden, ich muss zum Mac, weil der ist neben mehr oder weniger in Reichweite. Und ich habe mir überlegt, was esse ich heute? Nehme ich ein Video auf, esse ich was anderes, gehe ich zum Mac. Ich glaube, ich gehe zum Mac. Gut. Nissen Soba Vox Style Chili. In dem Fall habe ich wieder selber gekocht. Deswegen meint der Tokio auch Ulrich versus Herdplatte Part 2. Ja. Hat ja funktioniert. Also es hat gut geschmeckt auch, war ich nicht unglücklich drüber. Kann man machen, finde ich. Habe ich auch gemacht. Gut, also dann gehen wir es jetzt an. Ach du Schande. Ubisoft Skull & Bones ist jetzt erhältlich und kann in einer kostenlosen Testphase angespielt werden. Schon wieder. Bis zu acht Stunden. War das nicht beim Motorfest auch schon so? Na, viel Glück. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich ließ von vereinzelt Leuten, die positiv überrascht sind. Also ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber mal gucken. Ah, Cricket Through the Ages. Na Gott, dann muss ich das wohl anfragen. Oh mein Gott. Ist das nicht für Dings? Ja, das ist, meine ich, ein altes Apple Arcade Spiel, aber egal. Gut, mache ich dann noch. Jetzt geht es aber erstmal in die E-Mails. Nämlich gehe ich in eine umgekehrte Reihenfolge wieder. Der Diego hat sich diese Woche wieder gewöhnt. Meint, konnetsch, wie geht es denn so? Ja, okay. Okay, der Urlaub war lang und kurz, wie man es nimmt. Ich habe nur Persona 3 Reload gespielt. Fast nur. Und das ärgert mich irgendwo ein bisschen, weil es ist noch doch, ich weiß auch nicht, gefühlt ist es länger wie das andere, obwohl eigentlich nicht mehr drin ist. Und ja, und dieser verdammte Tater, das ist einfach so lang. Und jetzt, ich bin immer noch nicht durch, aber jetzt stehe ich vor den letzten 14 Tagen im Spiel. Jetzt werde ich es dann schaffen. Ich hoffe, ich bin nicht unterpowered für den Endboss, sonst kriege ich eine Krise. Ja. Und sonst bin ich nicht so nicht viel gekommen. Aber ich habe nicht viel super wichtige Spiele, aber viel Kleinscheiß. Der teilweise lustig und ist und alles, aber seht ihr dann in ein paar Wochen wieder. Das GBA Pixelbuch meint er. Ja, er hat seins jetzt auch. Ich muss sagen, es ist schon echt toll geworden. Ein GBA ist sowieso einer seiner Lieblings-Handhelds, wenn nicht sogar das Lieblings-Handheld. Das ist sein erstes Pixelbuch. Bis jetzt tatsächlich wird sich die anderen wahrscheinlich auch noch nachbestellen, wenn es wieder möglich ist. Schönes Foto mit dem Pixelbuch übrigens. Ja, das ist okay. Also kann ich dir gleich sagen, er hat es heute auch, glaube ich, veröffentlicht oder die E-Mails geschickt, wenn du es nicht mitbekommst. Das Mega Drive Buch kann man jetzt dann wieder jetzt bestellen. Das ist im Druck. Beim SNES kann ich es dir nicht verlassen. Beim SNES müsste es aber die englische Variante geben, wenn dir die auch recht sein sollte. Ich glaube, die gibt es sogar auf Amazon. Ich soll es vielleicht nicht laut sagen, weil ich nicht weiß, ob da Robert weniger daran verdient. Vermutlich, aber was ist denn das Pixelbuch? Ja, das Englische ist lieferbar aktuell. Also es hat ein anderes Format auch wie seins. Das kann ich dir auch sagen. Wenn es dir darum geht und natürlich ist es dann auf Englisch, dann ist das eine andere Geschichte. Aber es ist das Original Pixelbuch halt auf Englisch. Ja. Okay, das Mega Drive gibt es nicht auf Englisch und GBA weiß ich nicht. Ist offiziell, glaube ich, nichts angekündigt bis dato. Aber da sollte man sich über nichts wundern, falls was passiert, denke ich mal. Schauen wir mal. Also ja, ich freue mich. Also ich freue mich für Robert, wenn es funktioniert. Das hat er sich verdient. Gut. Üs 10 Noddix hat endlich einen groben Termin für Europa. Im Herbst nehme ich. Das stimmt. Ja, Jubel Freuer. Kann es kaum erwarten. Ja, ich höre ja auch immer, ob das wie toll es ist. Aber naja, ich weiß nicht. Er weiß nicht so recht, was er vom neuen Alone in the Dark halten soll. Einerseits spricht es ihn voll an, aber die Ständigen und Verschiebungen deuten darauf hin, dass es schieflaufen könnte. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir es zum Test bald kriegen müsste. Ja, Moment mal. Kommt im März, gell? Na ja, mal gucken, ob es klappt. Aber ja, ich muss zugeben, dass Alone in the Dark war noch nie eine Marke, die für mich Relevanz hatte. Ich glaube, ich habe das auf der 360 mal reingespielt, aber vielmehr halt auch nicht. Ja, warten wir es ab. Bei Capcom gibt es gerade eine Umfrage, was sich die Leute so wünschen etc. Er hat den mal gemacht, um sich mal wieder für Megaman, als auch Breath of Fire und Dino Crisis stark zu machen. Ja gut, warten wir es ab. Ich meine, Acer Town Investigations hätte ich gerne noch. Nachdem sie mir Apollo Justice gegönnt haben, bin ich jetzt eigentlich erst mal relativ glücklich. Und ich wüsste jetzt auch gerade ehrlich gesagt nichts, was mich Capcom jetzt noch so richtig umhauen täte. Ja gut, ein fett aufgebotztes Dino Crisis im Stil von Resi 2 und 3 Neuauflage. Ja gut, warum nicht? Oder 4, natürlich auch. Er hat sich jetzt erst die Robo Recall auf der Quest geholt, weil sein erstes VR-Spiel, das er damals auf der neuen PC-Only-Quest bei einem Freund gezockt hat und er eine gute Erinnerung hatte. Nachdem er es nur wiedergezockt hat, muss er sagen, ja, es macht immer noch Spaß, aber merkt auch, dass es einige Jahre auf dem Buckel hat und für knapp 30 Euro auch etwas zu teuer, wie er findet. VR-Spiele neigen gern mal dazu, zu teuer zu sein, gefühlt zu teuer zu sein, das ist richtig. Da würde ich auch nicht widersprechen. Ich kann dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht. Mal kurz googeln, ob ich hier auf die Schnelle einen Eindruck mir verschaffen kann. Robo Recall ist ein Action-Pack-First-Passen-Shooter, nur für Quest. Ja, mei. Könnte ordentlich sein, ich kann es nicht einschätzen an den Bildern, es ist halt ein Ego-Shooter. Ja, mei, warum auch nicht? Es gibt ja gute Ego-Shooter. Also wichtig ist einfach, dass sie flüssig laufen, das ist, was mich an Vertigo 2 so irritiert. Nicht unbedingt, dass die Grafik ein bisschen lalli ist und alles, aber dass sie halt ruckelt. Und ich meine, ja, na gut. Fragen, doch nicht das Ende der Xbox, wie viele gemutmaßt haben. Ja, offensichtlich nicht. Wobei, es ist alles so, also ich frage mich echt, dann lässt man das über eine Woche vor sich hingehen. Die ganze Zeit, da macht man so ein 20-Minuten-Podcastchen, wo kein Aufwand drinsteckt und sagt eigentlich auch kaum was. Also, hätte man das nicht echt innerhalb von zwei Tagen auch machen können, mit irgendeinem schnell produzierten Video. Was hat er also jetzt gesagt? Ja, vier Spiele sind es nur, aber wir verraten euch nicht mal welche, auch wenn es sich jeder denken kann, mehr oder weniger. Also, äh, warum? Und ja, wir, und dann nix mehr. Und dann gleichzeitig, gut, Hadehaufen-Interviews geführt und Berichte kamen. Und in denen dann wieder so, also Starfield und Indiana Jones ist nicht, aber dann gleichzeitig gesagt, man soll niemals nie sagen. Ich meine, was ist denn das für ein Wischiwaschi, ja oder nein jetzt? Was? Dann, oder habt ihr es doch nur verschoben? Oder, ah, das ist alles so rumgedöhnt. Und dann, ja, wir machen eine neue Hardware, die wird dann der größte Sprung ever. Mit was denn? Die letzten paar Generationen war doch einfach immer nur bessere Grafik, außer bei Nintendo. Die haben komische Gimmicks gemacht, die mal funktioniert haben und mal nicht. Ja, und ist jetzt der Laufwerk denn bei der Nix oder Nix? Da sagt sie ja nix zu, das ist auch, das wäre mal eine konkrete, also ja, ja, das war alles nix, aber es ist alles andere als souverän, meiner Meinung nach. Aber gut, schauen wir mal, was hingeht. Dass sie sich damit jetzt keinen, äh, keinen Enthusiasmus aufbauen, dass, ich meine, sie haben vielleicht ein paar, ich habe nicht geguckt, ob die ganzen Fanboys jetzt alle erleichtert sind oder nicht. Aber neue Fans haben sie damit sicher auch keine gesammelt, behaupte ich mal. Und dann so, ja, warum ist HL2 nicht auch für uns erhältlich? Ich sehe da keinen Vorteil für Sony, das exklusiv zu halten. Ich denke mal, hast du vielleicht mal gelesen, wie es ja, auf PC freuen sich alle drüber, auf PlayStation ist die Meinung auch, also ich selber habe keine Meinung groß dazu, ich habe es immer noch nicht, ich habe es nur mal kurz alleine gespielt und dafür ist es ja offensichtlich nicht gedacht. Ähm, da, äh, kommt also gut an, warum soll das Sony auf der Xbox für die paar mehr Crossplay-Spiele oder was? Ist doch, ist doch klar, dass ich das, ah, ich meine, gut, das ist auch kein Systemseller, sicher nicht, aber zumindest haben sie halt überhaupt was, erst mal, wieder. Wobei jetzt, ähm, zum Jahresstart hat Sony schon ein bisschen mehr vorzulegen. Ich meine, Stellar Blade kommt auch noch. Und Rise of the Ronin interessiert mich auch ziemlich nicht wirklich, aber es kommt halt zumindest. Naja, deswegen auch die Frage meinte, was halte ich eigentlich von Stellar Blade? Sieht schon ziemlich vielverspannend aus. Ich bin gespannt, ich habe immer noch irgendwo, auch wenn es vielleicht nicht korrekt ist, ein bisschen einen Forsaken-Vibe in Sci-Fi, wobei die Leute mehr, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, Bayonetta und Devil May Cry mehr, also ich würde es mir anschauen, und ich würde es vielleicht auch testen, mal gucken, ob ich, ob ich die Gelegenheit bekomme. Und was mich ein bisschen lustig finde, ist nach wie vor, dass jetzt in der zweiten Video die, der Arsch von ihr lang nicht so in den Kamera gehalten wurde wie vorher, aber dann heißt es, ne, der ist uns schon wichtig, weil den sehen die Leute ja die ganze Zeit. Oh Mann. Naja, warten wir es ab, ich bin interessiert. Wie stehe ich eigentlich zur Earth-Defense-Force-Serie? Ich habe viele gespielt, ich habe auch die letzten paar getestet. Und ich finde sie unterhaltsam, aber ich habe nicht unterhaltsam genug, dass ich den Super-Grind, den sie ja offensichtlich zum Hauptprinzip akkoren haben, wirklich durchziehen wollte. Also mir reicht es nach ein paar Stunden dann locker, und jetzt habe ich wieder genug Ameisen gemeuchelt. Und ein bisschen bessere Technik wäre auch nicht traurig, aber ja, es ist nette Unterhaltung. Mal gucken, wann sie jetzt Teil 6 wirklich endlich mal rausfegen. Ich habe irgendwie gelesen, es verschiebt sich im Westen jetzt wieder nochmal. Warum auch immer, weil in Asien kommt es jetzt, glaube ich, demnächst mit englischer Fassung. Oh mein Gott. Was meine ich, bekommen wir diesen Monat noch eine Nintendo Direct? Naja, also die Gerüchteküche sagt ja, der Pioro, der ein sehr zuverlässiger Leaker ist, dass es dann wohl nächste Woche soweit ist, ein Partner Direct sein wird. Ich habe auch mal schon gehört, Partner Direct ist wahrscheinlicher. Ja, und gestern war ja so, das haben sie verschoben wegen Microsoft. Das klingt naheliegend, und wenn es ein Partner Direct ist, dann erst recht. Also ja, ich gehe davon aus, nächste Woche kommt was, und es wird nicht super sensationell sein. Da wird dann halt Sea of Thieves gezeigt, ob es dann natürlich echte Switch-Grafik ist oder einfach ein alter Trailer wieder. Da ist ja Nintendo auch nicht zimperlich. Das kommt ja öfters mal vor, gerade bei Partnergeschichten, dass die nicht sagen, das muss jetzt authentischer Trailer sein. Äh, äh. Da wird dann halt einfach PC genommen. Ja, warten wir es ab? Ja, aber ich gehe davon aus, aber... Also ich meine, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Nintendo selber dann auch ein, zwei Sachen neistreut, weil irgendwie müssen sie ja ab. Jetzt kommt dann Peach, und dann haben wir noch mal Luigi und Paper Mario und sonst nix, dass denen dann noch ein, zwei so Lückenfüller, bis dann mal die neue Konsole fertig ist, noch ankündigen, und das nicht erst bis zur nächsten richtigen Direct, die dann erst irgendwann ist, im Sommer wahrscheinlich, während der nicht-E3-Zeit. Schauen wir mal. Wie mir ist es aufgefallen, dass er es schon ewig nicht mehr bei QWERTY bestellt hat? Früher schon fast regelmäßig. Wie sieht es da bei mir aus? Auch, weil ich habe einfach mehr als genug T-Shirts da, und ich habe ja eigentlich nie mehr gezielt gekauft. Ich habe eigentlich immer Zufalls-Dings gemacht, und, pff, mei. Und auch, das liegt auch unter, auch mit ein Grund ist durchaus, die haben den Schnitt ja geändert, die Ärmel sind ja jetzt enger, und ich mag halt diese, das ist ja offensichtlich dann wohl heutzutage, ihnen, dass es keine schlappe Ärmel mehr gibt, sondern die Bünde möglichst eng zu halten, und ich mag das nicht. Und warum soll ich dann auch noch Geld ausgeben? Und, wie gesagt, ich habe mehr als genug T-Shirts, die reichen mir nur ewig. Und dann, ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob sie diese Insanity-Sales immer noch machen, vermutlich, aber, ja, ich habe genug. Hat sich auch, es ist wie so vieles, ab und zu, dann lässt man es bleiben, und dann vermisst man es auch nicht mehr, und dann, ja. Anbei noch die Fantasieanregel für das Wochenende mit einer Prise Pfuhl. Gucke ich gleich drauf. Und in diesem Sinne ein freudig und zockreiches Wochenende. Peace. Danke. Ich hoffe, dass ich was anderes mache auf so Persona diesmal. Also, hier habe ich eine Bayonetta-Seitenansicht mit Latex voll und ordentlich belendert. Ja, ist ganz okay. Die geht ganz gut. Dann haben wir hier eine, oi, wer ist das? Rosa Haare, irgendwie eine komische Pseudorüstung, weißes Kassett, wo oben alles überhängt, und sie hat irgendwie mit ihren Zeigefingern Hälse die sensiblen Stellen so ein bisschen zu. Sieht ein bisschen komisch aus. Warum? Und hebt sie an oder so. Also, wenn das so, sieht ein bisschen komisch aus, weil sie so in den Himmel recken, was, das ist unnatürlich. Ich meine, gut, der Rest ist wahrscheinlich auch nicht alles original, aber, ja. Dann hier haben wir ein Katzenmädchen irgendwie, das mir nichts näher sagt, mit Bikini und soliden Ländereien. Dann eine Riku, die fast ein bisschen zu viel hat, also voll bekleidet, aber so ein bisschen zusammenquetscht. Ja, obwohl, wenn sie so quetschen muss, dann ist sie wahrscheinlich sogar relativ authentisch in echt. Dann haben wir nochmal eine, was soll das sein mit Hörnern? Eine Kuhdame mit, ja. Ja, und Kuhglocke, ja, die sich die Milchflaschen an strategischen Stellen hält, okay, aber untenrum hat sie nichts an. Pfui! Pfui, pui. Okay, dann haben, und hier eine pinkhaarige Cavewoman, die aber voll, voll begleitet ist, halt knapp, aber voll, okay. Dann habe ich hier eine Wonder Girl, das ist es doch, glaube ich, die mit dem großen Sichtfenster vorn drauf, ja, das füllt sie gut aus, ansonsten, ja, mei. Und hier noch, das soll, glaube ich, eine Supergirlin sein, die halt so ein bisschen pseudolastiv ist. Ist das echt, ist das gerendert? Es könnte ein KI-Render sein, keine Ahnung. Egal, danke dir jedenfalls immer wieder interessant zu schauen, was du da so ausbuddelst, du Ferkel. Und dann natürlich Finale, Finale, der Tokio, der mir da heute schreibt, halber Apfel für lau. Hallo Ulrich, er weiß nicht, ob ich es schon gelesen habe, aber derzeit bekommen Besitzer von LG-Fernsehen ab Baujahr 2018, ja, da gehört drei Monate gratis Apple TV Plus. Man muss einfach die App installieren, sich anmelden. Auch mal wieder. Ich weiß nicht, ob man das mehrfach nutzen kann. Ich hatte schon mal Apple TV Plus, wahrscheinlich, ja, doch klar Plus, wie ich mein letztes iPad gekauft habe. Er hat sich das Ganze mal gegönnt, gibt ja schon ein paar Sachen, die ihn interessiert haben. Erstmal ist das Angebot doch recht überschaubar, kein Vergleich zu Netflix oder Prime Video. Das ist richtig. Apple macht nicht so viel, aber dafür sind sie auch ein bisschen billiger. Immer noch natürlich. Dafür will Apple ja mit Qualität statt Quantität punkten. Das tun sie wohl auch ganz gut, soweit ich das weiß, aber für mich war es einfach nicht genug und ich komme eh zu nichts. Also als erstes hat Ted Lasso angeworfen, von dem er ja nur geschwärmt wird. Nach zwei Folgen muss er leider nüchtern sagen, dass das gar nicht sein Fall ist. Die Idee bietet zwar natürlich jede Menge lustiges Potenzial. Armin trifft auf typisch politische Gepflogenheiten, stampft von einem Fettnäpfchen ins nächste. Allerdings sitzt die See wenig auf Comedy und versucht mehr eine Slice-of-Life-Geschichte zu sein. Ist an sich ja auch okay, aber unterhält die nicht wirklich. Ich glaube, das wird mir hinten nach stärker und die dritte Staffel, die ist, glaube ich, nicht so gut angekommen. Aber ja, ich habe auch neigeguckt und mich hat es auch nicht sofort abgeholt. Aber naja. Nächste Keineart war der Film Killer of the Moonflower mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Wurde ja hochgelobt und er ist mit seinen dreieinhalb Stunden Laufzeit ein fetter Brocken. Das auf jeden Fall. Was soll er sagen? Nach 90 Minuten hat er ausgemacht. Er weiß ja, dass große Regisseure gerne klotzen statt kleckern und oft der Meinung sind, viele in einen Film packen zu wollen, um epischer zu wirken. Avatar 2 hätte man zum Beispiel bestimmt auch in unter zwei Stunden erzählen können. Oh ja. So viel Störer hatte der Film dann ja auch nicht. Oh nein. Aber es musste ja alles groß inszeniert werden und schön ausgeschmückt erzählt werden. Aber wo ihn Avatar zumindest gut unterhielt über seine Laufzeit, lange Laufzeit, fragte er sich bei Moonflower die ganze Zeit, was er in dem Film eigentlich sagen will. Vor allem, wann eigentlich mal was passiert. Die Handlung ist so lahmarschig, vor allem nicht zu sagen, dass er einfach keinen Bock mehr hatte und er glaubt auch nicht, dass sich nach den 90 Minuten noch viel daran geändert hat. Also ich kann es nicht einschätzen. Ich habe den Namen gelesen, aber ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht viel mehr darüber. Außer, dass er gelobt wurde. Und bei Avatar hilft halt einfach, dass er Schauwert hat. Ist ja klar. Sonst ist aber in dem Film auch nicht viel drin. Ich sollte das Spiel endlich mal spielen. Naja. Mal sehen, was sich das nächste Anstatt hat. Jedenfalls noch ein paar Sachen auf der Watchlist, die ihn hoffentlich weniger enttäuschen. Also wenn du gar nichts findest, wird es mich ehrlich gesagt schon wundern, aber kann man nie ausschließen. Fragen. Like a Dragon, Infinite Wealth und Persona 3 Reload durch bzw. großzügig gespielt. Alte Schwede, woher nehme ich die Zeit und die Energie? Ja, das frage ich mich. Also Like a Dragon ist, da ist es ja einfach. Das ist ja neu und frisch und toll. Also ich habe knapp 100 Stunden am Schluss auf der Uhr gehabt und ich glaube, das ist eine relativ realistische Zeit auch, weil ab und zu läuft es ja mit, wenn man pausiert. Das ist immer blöd, dann was einzuschätzen. Und da ist ja auch so viel drin. Das ist halt einfach geil und toll und super. Persona 3 Reload ist ein bisschen was anderes, weil da kenne ich ja die Story, aber es spielt sich halt einfach so verdammt gut mit den ganzen Quality of Life Verbesserungen, dass ich jetzt dran geblieben bin. Inzwischen sagt mein Savegame 130 Stunden, aber das kann nicht ganz stimmen. So viel länger, wie die andere Fassung ist auch nicht. Und jetzt habe ich auch begonnen, so im Endspurt hin, mal gerne Sachen ein bisschen, mehr Quick Travel noch zu nehmen, als vorher schon und Dialoge nicht mehr komplett ausvertonen zu lassen. Aber trotzdem, ja, die Zeit ist gut. Ich meine, ich mache ja sonst nichts. Also jetzt wirklich, ich mache sonst wirklich fast nichts. Das ist nicht ideal. Und ja, es wird mich wahrscheinlich, gut, ich hatte jetzt ja Urlaub, aber trotzdem bereue ich es wahrscheinlich hinten aus, wie dass ich jetzt die anderen 15 Sachen, und 15 ist nicht mal, nicht mal arg übertrieben, nicht mehr gespielt habe, obwohl da viel Kleinscheiß dabei ist. Ich meine, irgendwelche Musikspiele sind schnell getestet. Es ist einfach so. Man spielt, bis man die Mechanik begriffen hat, und dann probiert man ein paar Lieder, und die muss ich jedes einzelne gespielt haben. Das ist, glaube ich, realistisch. Aber ja, wie gesagt, ich ärgere mich bei Lagerdrecken, dass manche Leute sich hinstellen und sagen, ich habe es jetzt 50 Prozent gespielt, und schreibe einen dicken Test dazu, und sage, wie toll es ist. Ich meine, es ist toll, aber du hast halt, also wenn du halb durch bist, dann hast du halt den ganzen Schluss, keine Ahnung von, und auch die ganze Geschichte mit Kiryu, mit der Bucketlist, fehlt da zu dem Zeitpunkt noch. Und auch Dondoko Island hat er, glaube ich, wahrscheinlich gesehen, zu dem Zeitpunkt schon. Das kann sein. Aber trotzdem, würde ich auch so mich nicht äußern wollen. Das fände ich einfach doof und unklug. Naja, die Two Raiders Remastered Collection wirkt mich ja, mich, meint er hier, mich, schon etwas, falls ich noch nicht Hand angelegt habe, auf welchen Teil hatte ich besonders vorgelegt. Die habe ich schon seit einer Weile da. Ich habe sie nicht mehr ins Heft gebracht, aus Platzgründen, vor allem vom Timing her hat es gereicht. Das kommt nächstes Mal größer rein. Oder halt ausreichend groß. Und habe ich genug zu zu sagen noch, aber können wir mal drüber reden, wenn es dann so ist. Aber ein paar komische Macken, die sind jetzt nicht kriegsentscheidend. Ne, das ist jetzt geschmacklos. Also sie sind nicht entscheidend, aber insgesamt schon ganz gut. Also im Endeffekt Teil 1 halt. 2 und 3 habe ich damals, muss ich echt zugeben, nicht durchgespielt. Teil 1 schon. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe Anniversary durchgespielt. Teil 1 ist halt einfach ikonisch. Teil 2 und 3 sind solide Fortsetzungen, aber halt nicht mehr faszinierend. Ich habe vage im Kopf, dass 4 und Chronicles besser waren. Die sind ja dann nicht drin, aber 1. Ja, klar. Aber Anniversary ist schon eine ganz andere Welt. Aber es war ja auch eine richtige Neuauflage. Nicht so, wir bleiben authentisch, sondern wir verbessern es. Da hätte ich echt wieder auch immer wieder Bock drauf, aber ich habe auf so viel Bock. Microsoft rudert ja jetzt schon von ihrem Business Report etwas zurück und man meint, dass man sehr wohl weitere Konsolen anbieten wollte, was natürlich nicht heißt, dass die Spiele nicht trotzdem auch auf anderen Plattformen erscheinen können. Würde ich trotzdem noch eine Xbox kaufen, auch wenn ich die meisten Microsoft-Spieler auf einer Playstation spielen könnte? Vermutlich. Weil, also solange es dann heißt, zahl 80 Euro oder nimm den Game Pass, ist die Frage, doch Selbstläufer zum Beispiel. Also das Konsument. Außerdem glaube ich auch nicht, dass sie Sachen Day und Date bringen würden. Deswegen, ich will jetzt spielen und nicht irgendwann. Also ja. Wenn sie kein Laufwerk mehr hat, dann das wäre ärgerlich, aber ich glaube, bis die nächste rauskommt, hat man sich daran gewöhnt. Das ist immer realistisch. Man hat das letzte Mal ein PC-Spiel auf Datenpräger gekauft. Verpackt gibt es den ganzen, also verpackte PC-Spiel, wo das Teamcode drin liegt, den könnt ihr behalten. Also das, diese Unsitte, die unterstütze ich auch nicht, das ist total für den Arsch. Außer der Preis wäre billiger, wie wenn ich es jetzt digital kaufen würde. Dann wäre es natürlich wieder was anderes noch, aber ja. Naja. Okay. Leverkusen hat den Bayern letztes Wochenende ja ordentlich die Lesungen ausgezogen. Sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Auch jetzt unter der Woche hat mich sehr gefreut. Haha. Traue ich denen zu, dass bis zum Ende der Saison das Niveau hoch zu halten und tatsächlich mal einen anderen deutschen Meister zu liefern als andauernd die arroganten Bayern? Dortmund hat es das letzte Jahr auch auf den letzten Metern verpackt. Ja, aber Dortmund ist ja auch blöd und doof. Und ich meine, der Terzic, der ist, mir jetzt nicht unbedingt unsympathisch, aber der Watzke, der ist unsympathisch. Sagen wir es lieber so. Aber die Bayern-Leute haben es auch nicht verdient. Ist ja klar. Tuchel, finde ich, ist auch kein Sympathieträger. Also ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, dass es Leverkusen schafft. Ich habe auch das Gefühl, da ist das Gefüge so stabil und dass es klappen könnte. Der Alonso scheint halt wirklich sehr brillant zu sein. Und die Spieler können auch was. Und Bayern ist, sie haben halt auch den Vorteil, ja gut, hätten wir letztes Jahr auch sagen, wenn man das Bayern abspackt. Aber also ich glaube schon dran, dass Leverkusen es schaffen könnte. Und ich drücke sehr die Daumen, dass es so ist. Ich fände es natürlich auch gut. Dann sind sie ja Vizekusen auch los. Wäre doch schön. Ich habe nichts dagegen, wenn es so kommt. Und damit sind wir durch eigentlich. Ein angenehmes Wochenende. Der Kerning Bandel wünscht der Tokio wünsche ich auch. Und gut, es war halt doch nur eine halbe Stunde, aber es ist eine halbe Stunde. Ich meine, damit können wir doch arbeiten, würde ich sagen. Oder? Ja. Dann, ja, wie gesagt, zwei Konsumvideos wird es geben nächste Woche. Da lege ich mich jetzt fest. Sonstige Video glaube ich nicht. Es können, nee, klappt vom Timing her nicht. Aber, nee, nee, kann nicht. Also außer es kommt was Überraschendes, von dem ich jetzt noch nichts weiß, was mich jetzt aber wundern würde, ein bisschen. Dann schauen wir halt mal. Also jedenfalls zweimal konsumieren. Und dann wieder bla. Und dann wünsche ich euch auch eine gute Woche, eine nicht zu stressige Woche, falls Nintendo das direkt macht, eine interessante Woche und sonst so. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in sieben Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.